Liebe Zuschauer, wir sind in einer dramatischen Situation. Die Angriffe auf uns als Volk, als Land, auf unsere Lebensweise nehmen zu. Wir haben entscheidende Wahlen in diesem Jahr 2024. Und nicht nur die Pharmaindustrie, nicht nur die WHO, sondern auch die anderen Globalisten bereiten neue Offensiven gegen Recht und Freiheit vor. Und das passende Buch in dieser dramatischen Lage ist hier dieses Buch von Stefan Schubert. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Der geheime Krieg gegen Deutschland, unser Land im Fadenkreuz globaler Mächte, ist ein Kompendium über die Bösartigkeit der globalen Strippenzieher. Lieber Stefan Schubert, was würden Sie sagen, ist im Augenblick die brennendste Front, wo wir am unmittelbarsten bedroht sind? Ja, das ist das Problem, dass es halt mehrere Fronten gibt, dass der Bürger nicht in Ruhe gelassen ist, dass er sich nicht nur um eine Front irgendwie kümmern kann, wie Klima, wie die große Transformation, der Kampf gegen die Landwirtschaft. Dann haben wir den Wirtschaftskrieg gegen Deutschland, der Amerikaner mit der Ausrede des Ukraine-Krieges, plus die Inflation, man sieht die sterbenden Innenstädte, die Gewalt auf der Straße durch die Migration, alles vorbereitet durch den UN-Migrationspakt bereits in den 1990er Jahren. Und das ist das, was sich wie ein roter Faden auch durch das Buch zieht. Es passiert halt nicht zufällig, es ist geplant und gewollt. Sie schreiben ja der geheime Krieg gegen Deutschland, aber eines der Anfangskapitel ist überschrieben mit der WHO-Pandemie-Vertrag, Attentat auf die Menschheit. Also haben wir es mit einem globalen, sozusagen transhumanen Angriff auf alle Menschen zu tun, auf den Homo sapiens, oder steht unser Land besonders im Zentrum? Beides. Also es betrifft natürlich die westliche Welt ganz besonders, sprich Europa, Nordamerika, Kanada durch den Great Reset, durch die WAF, durch die WHO im Fokus. Aber natürlich sind durch diese Pandemie-Verträge unter anderem auch die gesamte Freiheit in der Welt bedroht. Und Deutschland ein unrühmlicher Vorreiter, wie wir ja in der Corona-Krise erleben mussten, mit den drakonischen Maßnahmen durchgesetzt durch die Regierung, wie wir heute wissen, spätestens durch die RKI-Pfalz. Alles mit Lüge und Betrug und mit einer gezielten Panikmache, die im Bundeskanzleramt vorbereitet wurde. Auch das ist im Buch nochmal ordentlich aufgeschlüsselt. Ich meine, dass Deutschland ein besonderes Feindobjekt ist für die globalen Strippenzieher, zeigt sich ja schon daran, wie sehr wir als Land und als Volkswirtschaft zurückgefallen sind im Ranking sozusagen, zum Beispiel der G20, was die Arbeitszeit angeht, was das Rentenalter angeht, was das verfügbare Einkommen in der Mittelschicht angeht und so. Da haben sich die Pfeile besonders auf uns gerichtet. Und das wurde ja auch vorbereitet von Politik und Medien, indem sie den Deutschen einredet, wir sind ein reiches Land und es geht es gut. Die Mutter aller Lügen, schreiben Sie. Die Mutter aller Lügen, damit fängt alles an, immer die ganzen normalen Bürger, die aufgeklärten Bürger fragen sich, wie kann es sein, dass hier Schulen verfallen, der ICE stehen bleibt, andauernd ich auch wieder heute, 45 Minuten zu spät mit dem ICE gekommen und wir Radwege in Peru finanzieren und die Minister das auch noch rechtfertigen. Also es ist eine Lüge, dass wir ein reiches Land sind. Wir haben ein mediales Einkommen, das niedriger ist als die westlichen Länder. Wir haben privaten Immobilien-Sitz am Schlusslicht, genauso wie bei den Einkommen und auch die Rentenhöhe. Also das, was als Popanz aufgeblasen ist, um uns, die Bürger, noch mehr Geld abzunehmen, ist der Anfang, wenn man so will, von dieser Transformation. Ich war auf den Japan und was mir aktuell auffällt, früher, wir reden über die 90er-Jahre, 80er-Jahre, war Deutschland und Japan ungefähr pari-pari auf Augenhöhe. Also die Amerikaner waren die Führungsmacht auch wirtschaftlich gesehen, dahinter kamen die Japaner und wir. Jetzt hat sich aber Japan gehalten, ist immer noch ein prosperierendes Land, hat auch immer noch Atomkraft und Deutschland ist total abgesackt. Ja, also es gibt einen Deindustrialisierungsprozess in Japan, aber nicht. Und meine These wäre, dass Deutschland, Westdeutschland, die Bundesrepublik war das Schaufenster gegenüber dem Osten. Der Osten ist kollabiert und deswegen wird das Schaufenster jetzt abgefragt. Japan war das Schaufenster in Fernost, aber da ist das sozialistische China noch nicht kollabiert und deswegen braucht man dieses Schaufenster noch. Ja, also die Deindustrialisierung ist ja auch ein Teil dieses hybriden Krieges, wenn man so will und da sind halt auch ganz unterschiedliche Mächte am Wirken. Also einmal die grüne Ideologie, wo ja deren Vordenker in den Talkshows sitzen und ganz dreisterweise behaupten, die Atomkraftwerke können wir ausschalten. Natürlich, wir haben kein Problem mit Energieherstellung, sondern die bösen Bürger verbrauchen einfach zu viel Energie, indem sie einen Grad zu warm heizen, ihre Wohnung im Winter, zu lange warm duschen und zu oft in Urlaub fliegen. Deswegen müssten wir entsprechend bestraft werden, sprich das Geld umverteilt werden. Und das ist der eine Teil. Und natürlich der andere Teil ist eine internationale Finanzelite, die an dem Energiehersteller Energie, an der Energieagenda Milliarden von Dollar gewinnen wollen und das auch tun, wie BlackRock zum Beispiel, auch ein großer Themenkomplex im Buch, die bereits in Firmen investiert haben, die von der zwangsdurchgeführten Energiewende, wenn man so will, profitieren werden, wie Wärmepumpenhersteller. Der verkauft worden ist an Hedgefonds, einer der größten, der jetzt Menschen entlassen muss. Auf Davos wurde ein großes Firmen-Event gefeiert. Dort hat auch ein amerikanischer Finanzinvestor eine Laborfleischfirma und Insektenfleischfirma aus den Niederlanden aufgekauft, einen Milliardendeal, der befeuert worden ist. Und gleichzeitig haben wir dann große Medienkonzerne wie Bloomberg zum Beispiel, die jede Woche dann einen Artikel raushauen, wie toll doch Insektenessen ist für die Bürger. Also das sind mehrere Kräfte, die aufeinander einwirken mit unterschiedlicher Motivation, aber alle zum Nachteil dieses Landes und der Bürger. Und ein großer roter Faden im Buch ist auch, ich bin ja ehemaliger Polizist und habe mir dann auch immer den Leitsatz gemacht, schau hin, folge dem Geld, wer profitiert. Und letztendlich, wenn man sich diese ganzen Komplexe anguckt, Energie, Atom, Ukraine, große Transformation, es ist eine riesen Umverteilungsmaschinerie von unten nach oben und das wird immer wieder deutlich, genau wie bei Corona mit den Impfstoffen. All das ist ein riesiges Geldvernichtungsprogramm für den normalen Bürger und ein Gewinnstreben für die oberen 10.000. Wenn ich das Buch durchblättere, dann tauchen ja bestimmte Namen immer wieder auf, also etwa Bill Gates, Klaus Schwab für das Weltwirtschaftsforum oder BlackRock, was Sie gesagt haben. Das sind sozusagen die Hintergrundmächte, die großen Profiteure, die Milliardäre, Jeff Bezos könnte man noch mit dazu nehmen. Über welche Institutionen werden die Angriffe hauptsächlich vorgetragen? Über Davos, das Weltwirtschaftsforum oder über die WHO oder über die Wall Street oder über die NATO? Ja, allesamt haben Ihre eigene Agenda, die Sie verfolgen ohne Rücksicht auf Verluste und schließen sich dann für einzelne Themenkomplexe dann wieder zusammen zu anderen Netzwerken und arbeiten dann arbeitszeitlich zusammen ab und das halt mit Ihrer immensen Machtfülle. Und wenn Sie halt nicht weiter kümmern, kommen mit dem UNO-Sicherheitsrat, dann gründen Sie sowas wie die WHO, geben Ihnen noch mehr Geld, dann noch mehr Pharmaindustrie Geld, probieren eine neue Gesetzgebung zu umgehen in den Parlamenten mit dem Pandemievertrag. Und wenn man sich das mal anguckt, ist es auch ein Buch mit drin, wie viel Geld die Pharmaindustrie in die WHO gegeben hat, wie die Leute wechseln von der Pharmaindustrie zur WHO in die Politik und wieder zurück. Also das ist ein immerwährender Kreislauf und immer verdienen Sie gutes Geld dabei und immer auch ein Modus operandi. Niemals werden diese Leute juristisch zur Rechenschaft gezogen. Es ist so gut wie niemand auf der Anklagebank gelandet, weil sie natürlich durch ihre Macht auch Einfluss haben in die Justizsysteme. Stichwort Pandemievertrag spielt ja eine große Rolle in Ihrem Buch. Die Corona-Inszenierung mit allen diktatorischen Maßnahmen ist ja an einem bestimmten Punkt abgebrochen worden, wurde sozusagen ersetzt durch den Ukraine-Krieg als Angstmacher. Wie groß ist die Gefahr, dass jetzt über den WHO-Pandemievertrag sozusagen die nächste Seucheninszenierung angeschoben wird, obwohl ja an die letzte, nämlich Corona, heute kaum noch einer glaubt? Ich habe mir das nochmal genau angeguckt auch und weil man ja Corona, also das ging mir so, erstmal als ersten großen Fehlalarm erlebt hat. Aber die haben das schon mehrfach durch accessiert, mit der Vogelgrippe, mit den Affenpocken, mit der Schweinegrippe auch, ist auch mit drinne. Auch immer wurden die Regierungen aufgefordert, für Milliarden Impfstoffe einzulagern. Es wurde mit Horrorszenarien gearbeitet, mit Millionen von Toten. Letztendlich sind dann, wenn überhaupt, laut WHO einmal 150 Menschen gestorben. Und wenn die Leute dann gefragt werden, wie sie das dann jetzt rechtfertigen, diese Milliardenausgaben und dann, es gab mal so einen EU-Untersuchungsausschuss, so ganz kurz, dann werden da so zwei aalglatte Lobbyisten hingesetzt, die sagen, ja, wir haben nur geliefert, was die Politik wollte und wenn das nicht eingetreten ist, können wir auch nichts führen, so nach dem Motto. Und dann wird der Untersuchungsschuss wieder stillgelegt und die Farbeindustrie hat ihre Milliarden und dann geht sie zur nächsten Pandemie. Und wenn diese Pandemie nicht kommt, dann wird jetzt einfach die Definition geändert, was nämlich gemacht worden ist schon von der WHO, vor nicht allzu langer Zeit brauchte eine Pandemie noch eine tödliche Ansteckungsgefahr, also mit wirklichen Todesfällen. Und das wurde jetzt einfach still und klein in den Kleingedruckten geändert, dass es nur noch eine erhöhte Ansteckung haben muss. Also eine Grippe hat natürlich auch eine erhöhte Ansteckung. Und wie wir wissen, oh Wunder, im Herbst geht die Grippe um. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass jetzt jeder Anlass genommen wird, um neue Pandemie auszurufen und die Regierung wieder aufzufordern für Milliarden von Steuergeldern, wir sprechen immer über Steuergeldern, bei der Farbeindustrie Stoffe einzukaufen. Was mich besonders elektrisiert hat im Buch, sind die Übergänge von sogenannter Pandemiebekämpfung zur Biowaffenforschung. Also wir hatten ja schon in Wuhan dieses Joint Venture aus CIA und chinesischen Militärinstituten und ich glaube an der Schnittstelle ist noch mehr geplant, Stichwort Biowaffen. Das hat mich ehrlich gesagt bei den Recherchen auch verwundert, wie sehr doch militarisiert einzelne Bereiche sind. Man vergisst das ja, beim Internet ist auch eine Entwicklung der DARPA, also der Forschungseinrichtung des Pentagons, die damals die zwei Google-Studenten in Stanford genommen haben. Google Maps, das CEE-Satellitenprogramm, haben wir im Anfangsstadium gewesen. Und natürlich haben sie überall ihre Hintertüren drin, bei Google, bei Facebook, bei Instagram, bei den großen sozialen Netzwerken, natürlich ist das so. Und bei der Biowaffenforschung genauso. Also es gab ja Robert Kennedy, der in Amerika viel veröffentlicht hat, der schon damals gewarnt hat, wir müssen diesen Foschi entmachten. Er führt in Amerika unverantwortliche Biokampfstoffversuche vor. Und das Perfide ist ja immer, dass diese Biokampfstoffe, also wie töte ich möglichst viele Gegner, einhergeht mit einem Impfstoff für die eigenen Soldaten, so die Logik dieser Männer. Und das ist dann das, was wir in Wuhan gesehen haben. Und das Pentagon, es gibt eine große Studie von der Rand Corporation, das ist ein ganz einflussreicher Think Tank für das Pentagon, die eigentlich so die Stellschrauben für die nächsten Jahre voraussetzen. Gehen von einem Konflikt zwischen Amerika und China aus. Es gibt dort die Plandemie X, wie sie genannt wird, also die steht schon fest. Und gehen von aus, von 2028, von militärischen Auseinandersetzungen zwischen Amerika und China. Die China beginnen soll mit der Freisetzung eines neuartigen Coronavirus, wogegen die chinesischen Soldaten natürlich geimpft sind, laut Rand Corporation. Im gleichen Atemzug fordert sie wieder, die Impfpflicht für US-Soldaten zu verschärfen, Biokampfstoffe-Forschung zu intensivieren und sich auf einen militärischen Konflikt vorzubereiten. Das sind die Planspiele im Pentagon. Ja, da fällt mir auch eine deutsche Biowaffenforschungsanlage ein, die natürlich nicht Biowaffenforschung heißt, sondern Abwehrstoffe gegen Biowaffen zu entwickeln. Das ist ja das Perfide, Sie nennen es einfach andersrum. Ja, wobei das gleiche im Labor geschieht. Das ist ja diese kleine Insel Riems, direkt neben Rügen. Und als wir den ersten Vogelkrippenausbruch, in Anführungszeichen, auf Rügen hatten, ich glaube 2009, da war dann schon der Verdacht, dass diese sehr nahegelegene kleine Insel Riems mit dieser streng geheimen oder streng abgeschirmten Biowaffenforschungsanlage des Bundes da eine Rolle gespielt haben könnte, weil da wurden mit diesen Vogelkrippenviren Experimente gemacht. Ja, und ich bin auch bei den Recherchen dann zu den Biokampfstoffen von Pentagon nochmal über MK-Ultra gestolpert, also der CIA-Forschungsanrichtung, wie ich fremde Gierende kontrollieren kann, wie ich Menschen dazu bringen kann, Attentäter zu werden. Das ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden noch mit Forschern aus dem Dritten Reich fortgesetzt worden. Und es gab dann damals auch Menschenversuche ohne jegliche Erlaubnis in Krankenhäusern, Soldaten, Gefängnisinsassen, Psychiatrieinsassen. Und als dann die Todesfälle groß geworden ist, sind dann die einzigen Senatoren aufmerksam geworden, haben Untersuchungsschüsse gefordert, die sie auch bekommen haben. Aber der damalige CIA-Director hat vorher alle Unterlagen verbrennen lassen, wie eine Ursula von der Leyen im Pfizer-Gate. Auch das ist drin. Finde ich einen spannenden Kreis, der sich wieder schließt von der CIA, MK-Ultra bis zur Biokampfstoffforschung in der heutigen Zeit, die immer noch fortgesetzt wird, die immer noch unkontrolliert ist. Niemand weiß genau, was die Amerikaner da wirklich treiben. Ja. MK-Ultra galt ja auch lange als Verschwörungstheorie. Aber Sie haben es gesagt, es ist nachgewiesen durch Untersuchungsausschüsse des US-Kongresses. Genau. Dann wurde aber nur der Dreh gemacht. Ja, das gab es, aber wir haben ja aufgehört. Aber das soll glauben, wer will. Vielleicht noch zu einem optimistischen Punkt oder zu einem Punkt, der mich ein bisschen optimistisch stimmt. Ich habe den Eindruck, bestimmte Strippenzieher haben sich verstritten. Also Corona war ja sozusagen eine gemeinsame Inszenierung der Chinesen und der WHO, der Superreichen in den USA. Aber dieses Bündnis ist ja geplatzt, spätestens seit der Ukraine-Eskalation. Und das da, was nicht mehr rund läuft, zeigt sich ja in Davos, wo ja immer weniger Leute teilnehmen. Also Deutschland läuft natürlich noch groß auf mit einer riesen Delegation. Die Russen dürfen nicht mehr, die Chinesen kommen nicht mehr. Biden war beim letzten Mal auch nicht da. Der Elon Musk geht da auch nicht mehr hin, ja. Also mir scheint, da ist ein Bruch in dieser globalen Hintergrundstruktur. Ja, also ich glaube auch, der Bruch kommt von den Amerikanern. Sie merken, sie kommen jetzt bei den Russen nicht weiter. Die Chinesen halten ihnen den Rücken frei, geostrategisch. Im Ukraine-Konflikt auch in Afrika an mehreren Schauplätzen. Und daher dann dieser Bruch. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine positive Nachricht ist, weil diese Konfrontation der Blöcke ja vorangetrieben wird. Man sieht das ja in den deutschen Medien. Man kommt ja über die Ukraine, über die Treiberei da gar nicht hinaus. Man hat ja, also Otto Normalbürger muss ja denken, dass wir direkt in einem Krieg verwickelt sind, was wir ja nicht sind. Und da ist natürlich mit allem zu rechnen. Und wenn wir da immer einen Bundesverteidigungsminister haben, der über Kriegsfähigkeit spricht und will 5000 Mann in Litauen stationieren und man fragt sich, wo das enden soll. Ja. Wenn Sie eine Prognose wagen würden 2025, wo stehen wir dann als Deutschland? Tja, das ist schwierig. Also wirtschaftlich geht es jetzt bergab. Ich habe letztens mit einem Unternehmer gesprochen, der war auf einem großen IHK-Kongress in Düsseldorf. Der sagte, es gab nur ein Thema auf diesem ganzen Kongress, also wenn die Unternehmer mit sich gesprochen haben. Wo wandere ich aus? Wie bringe ich mein Geld in Sicherheit? Wie meine Firma? Malta, Lichtenstein, Zypern, weiter weg. Also die Leute reden nur davon, sich in Sicherheit zu bringen. Und niemand redet mehr davon, eine Fabrik in Deutschland zu bauen. Das sind ja auch Entscheidungen, die über Jahre getroffen werden, wo die Rahmenbedingungen stimmen muss. Im Gegenteil, große Fabriken werden ja geschlossen. Miele, Stiel, Automobilzulieferer, das geht ja immer so weiter. Ist ja auch kein Wunder, wenn der Strompreis hier vier, fünf Mal so hoch ist wie in Amerika und die dann auch noch gelockt werden durch die beiden Regierungen. Also ich glaube, wirtschaftlich geht es bergab. Gesellschaftlich wird es aneinander gerieben werden. Wir haben die Wahlen, wir haben ja jede Woche eine Kampagne gegen die Opposition mit Verfassungsschutz, NGOs wie Korrektiv, auch das mit drin. Auch, ich finde, sehr entscheidend und auch spannend geschrieben, wie Korrektiv eng mit dem Bundeskanzleramt zusammenarbeitet, mit der SPD, wie sie Millionen bekommen haben. Auch das in den großen Mainstream-Medien kein Thema. Das wird forciert werden. Und die Rest der Welt merkt natürlich, dass Deutschland schwach ist, dass sie ihre Leute nicht schützen, das Geld der Leute nicht schützen, dass sie lieber Radwege in Peru finanzieren, als ins eigene Land zu stecken. Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Melange. Plus das Superwahljahr 2024 mit der Europawahl, wo natürlich der Mainstream große Angst vorhat, vor allem Rechtsruck in Europa. Und also sehr entscheidende Monate stehen vor uns. Und umso wichtiger ist, dass man sich informiert, dass man seine Bekannten, seinen Umkreis aufklärt und dass man nicht klein beigibt. Ja. Liebe Zuschauer, der geheime Krieg gegen Deutschland zeigt auf, woher die Angriffe kommen, spricht über die Täter, nennt die Zusammenhänge, nennt die Bestechungssummen. Das müssen Sie wissen vor den entscheidenden Wahlen jetzt zu Europa im Herbst in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und im nächsten Jahr ist ja auch noch die Bundestagswahl. Informieren Sie sich und informieren Sie Ihre Freunden, Bekannten, Kollegen. Und Stefan Schubert hat das richtige Buch zur rechten Zeit geschrieben. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung.